Ich will dieses durchsichtige Netzoberteil stylen. Ob es mir gelingt, sagt es mir gerne am Ende des Videos. Erstmal tausche ich diese Jeans gegen eine Nylonhose. Ist einfach etwas lässiger zu diesem Oberteil. Das ist die Hose. Ist wirklich sehr voluminös geschnitten. Wir gucken mal. Bequem ist sie auf jeden Fall. Ich finde aber, die Schuhe passen auch noch nicht ganz zu dem Outfit. Das geht doch schon auf jeden Fall klar. Und jetzt kommen wir zu dem Netzoberteil. Ich befürchte ja, es wird ein bisschen kurz für mich sein. Aber wir wollen es mal testen. Was sagt ihr zu diesem Look? Festival-Time? Oder auch so? Ich bin gespannt auf irgendeinen. Es已經 saltiert. Wir holen auf. Und wir schauen. Während Capt imposed auf K Zaunen. Vielen Dank.